Musik Wenn ich mit meinem Auto fahre und ich höre ein merkwürdiges Geräusch oder ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, mache ich was ganz Einfaches. Ich fahre in meine Autowerkstatt, steige aus, sage zu meinem Wachsmodus freundlich, guten Tag und sage, hören Sie mal, ich habe da so ein merkwürdiges Geräusch gehört, können Sie nicht mal nachgucken, was das ist. Der macht dann die Motorhaube auf und guckt nach und ich beschreibe dann möglichst genau, was ich gehört habe und wie sich das anhört. Und wenn man von oben nichts sieht, dann kann man das Auto in der Autowerkstatt natürlich auch auf so eine Bühne heben oder auf eine Grube fahren und kann sich von unten anschauen, ob man da irgendwie einen Fehler entdeckt. Tja, und so geht das nicht nur in meinem Auto, so geht das eigentlich mit allen Autos. Neulich bin ich nur mal mit so einem ganz schnellen Zug von der Bahn gefahren und da habe ich gedacht, verdammt nochmal, wenn da vielleicht irgendwie eine Macke ist, wie geht das denn da? Ja, der Lokführer, dem gehört ja der Zug nicht. Und wenn der an seinem Endbahnhof angekommen ist, dann steigt der aus, nimmt sein Gepäck, die Tür geht zu. Und wer weiß denn, was mit dem Zug passiert und ob da irgendwas faul dran ist. Es geht ganz anders. Jetzt sind wir in so einem Fahnenzug und wir laufen mit dem Zugschiff, das ist der Benjamin Caprici, durch den Wagen und dabei entdeckt er, dass an dem Sitz Nummer 34 der Klapptisch irgendwie fehlt. Das tippt er in seinem persönlichen Computer, dass es nicht vergisst, der hat immer was anderes zu tun, aber er hat auch noch einen Arbeitsplatz im Speiswagen, da ist der Zentralcomputer. Und in den tippt er den Fehler jetzt ein und weil bei der Bahn alles seine Nummer hat, guckt er nach und tippt einen Zahlencode ein, nämlich, dass am Platz 34 der Klapptisch kaputt ist. So, jetzt ist es im Computer, aber kann er es auch reparieren? Nein. Denn wenn der Zug in Köln an diesem Sendemast vorbeiflitzt, dann übermittelt der Zentralcomputer die Daten an das Bahnbetriebswerk, so heißt das. Und die wissen dann schon, auf was sie sich vorbereiten müssen, dass der Klapptisch kaputt ist. Jetzt sind wir in Dortmund Hauptbahnhof, Carsten Niestro ist der Lokführer und der hat hier mit dem Drücken dieser Knöpfe die letzte Möglichkeit, vielleicht noch entstandene Fehler nach Köln an das Bahnbetriebswerk weiterzugeben. Das ist das Bahnbetriebswerk und das ist sowas wie eine Autowerkstatt, natürlich nur sehr viel größer. Und gearbeitet wird hier meistens nachts. Das ist der Arbeitsplatz von Martin Heinz und auf dessen Computer kommen die Fehlermeldungen unseres Zuges an. Und der weiß also schon lange bevor der Zug hier einfährt, was gemacht werden muss. Zum Beispiel, dass der Klapptisch beschädigt oder defekt ist. Und damit alle anderen, die später die Reparaturen ausführen, sollen auch wissen, was gemacht werden soll, druckt Martin Heinz Arbeitsaufträge aus. Und die kommen mit allem anderen, was an dem Zug sonst noch repariert werden soll, zum Schichtmeister. Das ist Wolfgang Haltmann. Die besprechen das alles nochmal, was gemacht werden muss. Und unser Zug ist in der Zwischenzeit draußen an einem Außenbahnsteig und wird innen gereinigt. Aber weil wir eben schon mal gezeigt haben, wie so eine Zugwaschanlage funktioniert, machen wir das jetzt ganz kurz. Wir werden die Tische abgeputzt, Papiere eingesammelt, Aschenbecher geleert und so weiter. Jetzt ist es kurz vor 21 Uhr. Die Schicht beginnt. Und der Schichtleiter verteilt die Arbeit unter die Kollegen. Und Andreas Hirte, der kriegt den Zettel, der muss den Klapptisch reparieren. Kurz vor neun geht da plötzlich das große Tor auf. Und dann kommt unter lautem Blinken und Klingeln unser Zug langsam in die Wartungshalle gefahren. Und so sieht das aus, wenn man mit der Kamera unter so einem ICE steht. Da kommen die ersten Räder mit den Motoren, die Achsen, der Zug fährt auf solchen Stelzen. So als wenn in der Werkstatt ein Auto auf eine Grube fahren würde. Das Ganze nur viel größer. Es ist 21 Uhr eins. Der Zug ist in der Halle drin. Um 23 Uhr soll er fertig sein. Und wie riesig diese Halle ist, das merkt man erst, wenn man sich mit einer Hubbühne fasst und das Dach bewegt. Schließlich muss ein ganzer Zug da reinpassen. Man sieht das Ende der Halle gar nicht. Und hier kann man auch mal deutlich sehen, wie der Zug sozusagen auf Stelzen steht. Und nun geht's los. Als erstes werden auf der einen Seite des Zuges die Toiletten entleert. Das passiert mit solchen Rüsseln. Da wird also erst eine Klappe aufgemacht. Hinter dieser Klappe verbirgt sich ein Loch. Da kommt so ein Rüssel rein. Dann wird das verschlossen. Und dann wird das, was in der Toilette ist und im Abwasser durch diesen Schlauch abgesaugt. Das macht der Peter Swierzynski. Und während das passiert, ist Andreas Hirte mit dem Zettel, dass der Klapptisch kaputt ist, auf dem Weg zum Shuttle-Lager. Das ist in einer anderen Halle. Und deswegen hat er das Fahrrad genommen. Am Shuttle-Lager muss Taschin-Karagöde auch erst den Computer aufschließen. Dann die entsprechende Nummer, habe ich ja schon gesagt, alles hat bei der Bahn der Nummer, in den Computer eingeben. Dann rumort's hinter den Kulissen. Plötzlich geht eine Tür auf. Dann kommt eine Tafel raus mit ganz vielen Fächern. Und in einem dieser Fächer ist mit der entsprechenden Nummer der neue Klapptisch mit allen Ersatzteilen. Danach muss er den Computer wieder abschließen. Und das Lager wird wieder geschlossen, damit niemand was klaut. Jetzt kriegt der Andreas Hirte seinen Klapptisch und macht sich mit dem Fahrrad wieder auf den Weg in die andere Halle, wo der Zug schon wartet. Und der Zug wird auf der anderen Seite, damit's keine Verwechslung mit den Toiletten gibt, mit Frischwasser versorgt. Da kommt ein Frischwasserschlauch und ein sogenannter Grenzwertgeber. Natürlich auch wieder eine Klappe. Durch diesen Schlauch kommt das Wasser gleich rein. Und das andere ist der Grenzwertgeber. Bedeutet, dass da nur so viel Wasser reinläuft, dass es nicht überschwappt. Und wenn das drin ist, wird der Wagen mit diesem Knopfdruck dann mit frischem Wasser aufgetankt. Andreas mit dem Fahrrad und dem Klappteil ist jetzt mittlerweile neben dem Zug gelandet. Der steht erst ein paar Minuten in der Halle. Und natürlich hat er sein Fahrrad an der richtigen Treppe geparkt. Denn durch alle diese Nummern bei der Bahn weiß er natürlich, in welchem Wagen und an welchem Sitz mit welcher Nummer der Klapptisch fehlt. Zwischenzeitlich kommt der sogenannte Sandfloh. Das ist ein Auto, das tatsächlich Sand an Bord hat. Und auf dem Sandfloh sitzt Walter Hershoff. Und der füllt in den Intercity vorne tatsächlich Sand ein. Man glaubt es nicht, auch der modernste Intercity kommt ohne Sand nicht aus. Es ist ein besonderer Sand, ein Quarzsand. Und wozu ist der? Vor jedem Rad, an dem ein Motor ist oder wo gebremst wird, ist auch ein sogenanntes Sandrohr. Da sieht man dieses Röhrchen. Und aus dem kommt dann im Ernstfall, wenn die Schienen glatzen, wenn es geregnet hat oder so, ein bisschen Sand, damit die Räder nicht durchdrehen und mit dem Zug besser bremsen und besser anfahren kann. Und was sonst noch mit dem Zug passiert, das erzählen wir euch gleich. Also das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich mich gefragt habe, wie wir eigentlich früher ohne diese Computer gelebt haben. Also wenn man sich vorstellt, dass der Zugchef viele Kilometer entfernt irgendwas in seinen Rechner eingibt und dann der Andreas Hirte zur richtigen Zeit mit dem richtigen Ersatzteil im richtigen Zug angerade kommt, dann ist das schon doll. Und wie hat man das früher gemacht? Also alles, was mit der Wartung und Reparatur zusammenhängt, wurde in ein sogenanntes Bordbuch eingetragen. Das gehörte zum Zug, dreifache Durchschrift und Kugelschreiber. Das konnte man natürlich erst lesen, wenn der Zug angekommen war. Aber wenn irgendwas sehr dringend war, dann musste man von unterwegs, von dem Bahnhof, per Telefon die Werkstatt schon mal vorwarnen. Es gab nämlich auch eine Zeit vor dem Handy, glaubt man gar nicht mehr. So, jetzt geht's auch weiter, denn die Leute im Bahnbetriebsplatz sind natürlich noch lange nicht fertig. Jetzt geht's vorne los. Mit dieser Handbewegung deutet Martin Lange seinem Kollegen oben in der Kanzel an, dass der doch bitte die Bugklappe vorne öffnen soll. Denn hinter der Bugklappe verbirgt sich die Kupplung und mit dieser Kupplung kann man zwei solche Züge hintereinander hängen. Und die guckt sich der Martin Lange jetzt ganz genau an. Dazu muss er runter in die Grube, wie er mit der Kamera hinterher. Und dann drückt er auf so einen Knopf und kann mit so einem kleinen Aufzug etwas nach oben fahren. Und da sieht man, was diese Kupplung für ein Riesenteil ist. Das Loch ist so groß wie sein Kopf. Und jetzt schaut er mit der Taschenlampe in diese Bugklappe hinein, ob alle Kabel fest sind, alle Verbindungen stimmen, ob sich da nichts gelöst hat, ob alles fest ist und alles so aussieht, wie es sein soll. Wenn das so ist, geht er wieder nach oben. Und jetzt macht er das Zeichen zum Kuppeln. Jetzt soll der Kollege die Kuppelbereitschaft signalisieren. Dabei geht das Rücklicht an und zwei kleine Scheinwerfer und der Scheibenwischer bewegt sich. Ein Zeichen mit der Hand, Daumen nach oben, alles in Ordnung kann so bleiben. Bugklappe wieder zu. Danach der nächste Test, der Lichttest. Licht erst ausschalten, dann einschalten, das normale Licht und dann das Fernlicht. Auch in Ordnung, Daumen nach oben, alles klar. Danach ist der Martin Lange unter dem Zug unterwegs. Schaut sich jedes Rad an, jeden Motor, jede Achse, die Laufflächen der Räder, die Kabel, alles, was man von unten sehen kann und leuchtet in jedes Loch mit der Taschenlampe rein. Ob da alles eben auch so sitzt und aussieht, wie es sein soll. Und so geht er von Motor zu Motor, von Wagen zu Wagen, von Achse zu Achse und von einer Stelle zur nächsten. Das hier ist übrigens der Übergang von einem Wagen zum nächsten. Die ganzen Kabel hängen da zwischen den beiden Wagen rum. Nächste Achse und da scheint er was entdeckt zu haben, denn er legt die Lampe weg und klettert nach oben. Mit den Füßen steht er dann seitlich auf solchen Trittstufen und mit einem riesen Schraubenschlüssel löst er die Bremse. Und dann zieht er ein Bremsbelag raus. So sehen die Bremsbeläge von seinem Intercity aus. Riesendinger. Und Ersatzbeläge stehen dann gleich nebendran. Er klettert wieder auf diese Trittstufen, schiebt den neuen Bremsbelag ein, macht ihn fest und schraubt den Bremssattel wieder so, wie er sein soll. Das gehört zur Routine. Wieder die Taschenlampe an und ab jetzt wieder kontrollieren den ganzen Zug, jede Einzelheit, von Wagen zu Wagen bis ganz ans Ende. Und während Martin Langer unter dem Zug entlang läuft, ist sein Kollege Stefan Flug, Außenanzug unterwegs, macht das Gleiche. Schaut überall hin, schaut alles nach, jede Klappe, jedes Kabel, jede Feder. Währenddessen ist Andreas Hirte dabei und montiert an unserem Platz Nummer 34 den fehlenden Klapptisch wieder. Die richtigen Schrauben hat er auch dabei, denn die haben die gleiche Nummer und deswegen hat er sie am Lager gleich mitgekriegt. Einmal links anschrauben, einmal rechts anschrauben. Kein Mensch weiß so genau, wo der andere Klapptisch geblieben ist. Funktionskontrolle, jawohl, klappt und damit ist dieses Problemchen beseitigt. Und da gibt es neben dem Zug noch eine Art Hänge-Eisenbahn, eine Schwebebahn könnte man vielleicht sagen. Und mit dieser Schwebebahn kann man oben an dem Intercity entlangfahren. Und damit kann man ihm auf das Dach gucken, unter Umständen auch auf das Dach steigen und kontrollieren die elektrischen Verbindungen zwischen zwei Wagen zum Beispiel. Die Klimaanlagen, das machen die beiden hier oben, der Stefan Flug und der Andreas Appel. Und vor allen Dingen natürlich die Stelle, wo der Stromabnehmer ist. Oder wie wir sagen, vielleicht der Bügel oben auf dem Dach. Dazu wird diese Hänge-Eisenbahn angehalten. Und diese Kontrolle wird ganz genau gemacht. Dann werden solche, sagen wir mal, Schranken ausgefahren, damit man nicht runterfällt. Und dann klettern die beiden auf das Dach, neben dem Stromabnehmer in die Hand. Und, ob die Schleifstücke noch in Ordnung sind, ob alle Federn richtig sind, die Windableiter und was es sonst gibt. Ob alle elektrischen Verbindungen an der richtigen Stelle sitzen, ob sich nichts gelockert hat. Jede Kleinigkeit wird begutachtet und nachgeschaut. Ist alles in Ordnung, passiert als allerletztes die sogenannte Zugtaufe. Das machten wir mit Tage. Mit dieser Diskette und mit diesem Knopfdruck bekommt der Zug seinen Namen. Das passiert übrigens an dem Arbeitsplatz des Zugchefs, den wir schon mal im Fahnenzug gesehen haben. Und damit wissen wir, dass der als nächstes ICE 523 heißt, von Dortmund nach München Hauptbahnhof fährt, dass wir im Wagen Nummer 23 sind und dass unser Sitz Nummer 34 morgen von Dortmund bis Frankfurt Hauptbahnhof besetzt ist. Und plötzlich ist es 11 Uhr geworden. Wir haben es gar nicht gemerkt, wie die Zeit verstrichen ist. Die zwei Stunden sind vorbei. Unser Intercity verlässt gewartet und wo nötig repariert die Wartungshalle. So was wie die Autoreperaturwerkstatt für mein Auto, bloß viel größer. Als nächstes fährt er nach München und wir wünschen ihm allzeit gute Fahrt.